Um Autosave würde ich mich jetzt freuen, sorry, jetzt habe ich gerade den Smike hustet Oh man, warum leckt es jetzt? Jetzt hört es aus Was für ein Typ? Da gibt es viele Typen da unten Truppen da vorne Rechte Pfeffer Na, Küche So, leeeeg Ich muss noch kurz stoppen Ok Kaboom Ja, klar zum Angriff Kommt, da raus Nagel die Typen beim Gebäude fest Abgefeuert Holt euch den fahrenden Wagen Ach komm Städtigen, dass ihr die Kirche in der Stadt seht Ich check das Level nicht, ey Muss ich jetzt wieder anfangen, oder? Verstanden, wir sind da, schießen Sie los Ok Ihr seid nicht autorisiert die Kirche anzugreifen Kein direktes Feuer auf die Kirche Als der Fahrzeuge fährt Ist doch noch eine schwule Kirche, was habt ihr da? Eines der Fahrzeuge bewegt sich gerade Da kommen welche aus der Kirche Bewerfnete Feinde nähern sich von der Kirche Herr, bitte Feuererlaubnis Verstanden, Sie haben Angriffserlaubnis für den fahrenden Wagen und jegliches Personal Bestätigt, der Trupp hat Angriffserlaubnis, aber es wird nicht auf die Kirche geschossen Ach halt doch die Fresse Ach halt doch die Fresse Ach halt doch die Fresse Kriegt er ihn? Genau dort Erfassung Erfassung Noch mehr Feindverbände Gut, er bewegt sich wieder Verstanden, der Typ bewegt sich Uh Ja mach ihn fertig Aufhandsamt Ich verstehe es, der bin nett Da kommen bewaffnete Einheiten aus der Kirche geahnt Nicht wo Freigabe Allons Das war ein Treffer Gib ihnen ein saures Ja, guter Schuss Ich sehe hier unten laute Einzelteile Kann es halt ein anderer machen? Erfassung Erfassung Noch mehr Feindverbände Kann er nicht einfach so ein rotes Holz Oder sowas sein Wenn ich checke, dass es Feinde sind Man Gib ihnen ein saures Nagel die Typen beim Gebäude fest Wer ist Gebäude? Warte Was ist das für ein scheiß Level? Also wer das Level gemacht hat, der ist Verstanden, der Typ bewegt sich Der hat zwar eine gute Idee gehabt, aber Der hätte die Idee besser machen sollen Aber ich verstehe das nicht Wer ist ein Feind? Ich verstehe gar nichts Direktor Treffer Noch mehr Feindverbände Genau dort Erfassung Was? Da steht doch irgendwo Genau Winkel dekalibrieren Höhenscan anpassen Wuh, durch die Wolke Wuh Wuh Truppen nach vorne Kippt ihnen ein saures Wo denn? Ich weiss jetzt mal ob das Feinde sind Machst du das einfach mal Schnappt euch den Kerl Ja, nein, fertig Cool, der bewegt sich wieder Der will einen abhauen Typ flieht Da ist ein Typ bei dem Auto Was für ein Auto In Ordnung, ihr habt den Kerl Das war wohl weniger als einen halben Meter von ihm weg Schnappt euch die Typen Kennt ihr den Ort Ach komm, geh weg, Köri Halt, warte, die Köri kann sich nicht bewegen Bim, 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 bim Gebe ihnen saures Ja, gespeichert, danke Pst, ok, das kann ich Alles klar Mit Vergnügen Da wird die Kürze zerstören? Ist das jetzt erlaubt? Das sind unsere Leute Ihr habt doch gesagt, ich darf auf jeden schiessen Und der ist doch nicht Wickel rekalibrieren Höhenscan anpassen Was für ein Höhenscan, was? Gut, er bewegt sich wieder Fürstehender Bahnhof, was ist der falsch Ähm, das ist zu nah an der Verstärkung Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung Auf die Blinksignale achten Was für ein Blinksignal? Schnappt euch die Typen Typ, flieht Ja, mach ihn fertig Bim, bim Freigabe, Alarm zu greifen Abgeschossen Ja, das war ein Treffer Geschützbereit Uh, jetzt aber Big Explosion Buhahaha Feinde überqueren das Feld Scan Reichweite setzen Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung Was denn sagt das doch? Was mit dem Blinksignalen sind unsere Leute Schnappt euch den Kerl Was ist denn Kerl? Nerv mich Der da Bestätigt Fahrzeug neutralisiert Was denn Fahrzeug? Ja, das ist Fahrzeug Aber es gibt bestimmt nicht noch Was? Ziel neu gesetzt Feinde überqueren das Feld Welches Feld? Da gibt es zwei Felder Verstanden, der Typ bewegt sich Gibt ihnen Service Ich mag das Level nicht Ich mag, mag, mag das Level nicht Ich mag das Level nicht Es kommt ne Wolke Ich mag das Level nicht Da ist ein Typ bei dem Auto Ich mag das Level nicht Ich mag das Level nicht Wo ist dein Auto? Was redet der denn da für ne Scheiße? Ich versteh nur Bahn Riegel rekalibrieren Höhen scan anpassen Wo ist da ein Auto? Ich hab keinen Plan Wo ist da ein Auto? Ich hab keinen Plan Wo ist da ein Auto? Ich hab... Ziel neu gesetzt Keinen Plan Das Auto sich ausschaltet Aber Das ist ähm Äh Ist da was? Das hier Welche anderen? Ich versteh nur Bahnhof Was die da quatschen Welche anderen? Ich versteh nur Bahnhof Ist das ein Feind? Ich glaube Ich glaube schon Nein ist er nicht Das ist irgendwas Leider von uns ist Oh mein Gott wie schwul Scan Reichweite setzen Scan Reichweite setzen Räuchertschaum 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 Naja Naja Fahrendes Fahrzeug Fahrendes Fahrzeug Negativ Negativ Nicht angreifen Ich wiederhole Keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße angreifen Was? Wo? Ich würd das gern machen Aber Ne Weil sonst müssen wir das ganze immer mitmachen Fahrzeuge auf der Schnellstraße Dort sind ausschließlich Zivilisten Bodeneinheiten kümmern sich derzeit um einen alternativen Transport Es werden keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße ohne Befehl angegriffen Der Typ ist bestimmt angepisst Netter Wagen Ah Er hat einfach nur Schiss Wildfire Wir markieren die Fahrzeuge Bestätigen Sie dass Sie die Leuchtsignale sehen Wir sehen die Leuchtsignale Nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen Wiederhole Nicht auf die Fahrzeuge mit den Leuchtsignalen schießen Das sind Verbündelte Aufgepasst Der Feind richtet entlang der Kurs Das war ein Fail Witzig Aber jetzt weißt du was läuft's denn da Das sind diese Dinger da Die Ja die so blinken halt Die so ein bisschen Ja Das sind Verbündete die wo so blinken Und Die anderen die blinken halt nicht Dort sind ausschließlich Zivilisten Ich weite euch nervt das Level gerade aber da müssen wir jetzt durch Falls ihr das nicht anschauen wollt Überspringt das einfach und geht zum nächsten Part Der Typ ist bestimmt angepisst Netter Wagen Ah Er hat einfach nur Schiss Wildfire Wir markieren die Fahrzeuge Bestätigen Sie dass Sie die Leuchtsignale sehen Ja Wir sehen die Leuchtsignale Nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen Das sind Verbündete Aufgepasst Der Feind richtet entlang der kurvigen Straße Hinterhalter ein Äh Navigation welche ist denn die kurvige Straße? Ober Feuerkontrolle sehen Sie den Wasserturm over Könnt ihr bestätigen dass ihr den Wasserturm seht? Ja Der Wasserturm da in der Nähe der Kreuzung? Ah genau den meine ich Und neben dem Wasserturm ist eine kurvige Straße Seht ihr die? Kapiert Folgt der Straße bis ins nächste Dorf Dort äh solltet ihr einen weiteren Wasserturm sehen Ein bisschen weiter die Straße runter Mh wir haben ein bisschen Ärger mit der Einnahme des Dorfes Wie weit die Straße rauf liegt es? Ungefähr ähm Sekunde Etwa zwei Kilometer die kurvige Straße entlang Weg von der Schnellstraße Verstanden Ey ich kann nicht zoomen Ich kann da jetzt nicht zoomen Feinde gehen an der kurvigen Straße in Position Echt wo? Feindverbände bereiten einen Hinterhalt an der kurvigen Straße vor Sie sind hinter den Bäumen versteckt Hey da wurde ein Raketenwerfer abgefeuert Verstanden Na los Leute rein da und jeden im Dorf ausschalten Gepanzertes Fahrzeug da drüben Es kommt da aus der Scheune Ziele im Dorf sind als feindlich bestätigt Angriffserlaubnis erteilt Räuchert sie aus Wildfire wir werden angegriffen Wir könnten Hilfe brauchen Verfolgt diese Rauchspur und schaltet die Quelle aus Mach den Weg für unsere Jungs frei Truppen auf dem Dach des U-förmigen Gebäudes Äh U-förmiges Gebäude? Ja das mit dem 4 gegen Aufbau auf dem Dach Das mit dem Flachdach Ist er? Komm mal rein Also es ist kurz Höhen-Scan anpassen Nagel die Typen beim Gebäude fest Ja ja Es nervt mich nicht Ziel neu gesetzt Da ist ein Typ bei dem Auto Boah Signal ausschalten Wildfire wir nähern uns der Landezone am Schrockplatz und verlassen die Fahrzeuge Verstanden Bravo 6 Verbündete haben die Fahrzeuge verlassen und laufen zur Landezone Ja ich sehe es Nicht auf Personen mit Blink-Signalen schießen Bestätigt Weiter auf die Blink-Signale achten Das sind Verbündete Ja es ist klar Ich sehe hier unten laute Einzelteile Ja mach ihn fertig Räuchert sie aus Schnappt euch diese Person Gut er ist erledigt und jetzt zurück zu den anderen Hä ich sehe da gar nichts wegen dem Genau dort Erfassung Genau dort Ja 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 Erfassung Noch mehr Feindverbände Schnappt euch den Kerl Typ flieht Du hast ein Typ bei dem Auto Ja schön Schnappt euch die Typen Boah ist das Leben nervig Er will eine Abmauern Ja ich sehe es Mensch BAM BOOM BOOM Schnappt euch diese Person Freigabe zum Angriff auf feindliche Truppen Schnappt euch die Typen Wildfire Wir haben die Landezone erreicht Aber wir werden von allen Seiten beschossen Vorherunterstützung an Gefahr Boah ist das Leben nervig Schnappt sich der Landezone aus mehreren Richtungen Vorsicht Beim 25mm nahe der Landezone bleiben Truppen nach vorne Es muss weh tun Zack zack und zack BAM BATCH Verpisst euch endlich Zack Ihr näherst mich Holt euch den fahrenden Wagen Boah werde ich froh sein wenn ich das Level hab Was ist denn überhaupt das für ein Flugzeug wo wir grad sind So eins kenn ich gar nicht was zum Ein Fallschirmjäger wie süß Skann unter dort Schna Bad might have depression Noch mehr Feindverbände Meerveloph genau dort Erfassung Ich mechanical Aus Ja klar zum Angriff Nöööööh Kann das Gebäude zerstören? Geht das? Nööö Aber die Kirche kann nicht zerstören, das ist doch ne Euronie oder? Eiii Sieh